hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge mein schwiegerhof ja ich habe heute schon ein bisschen zeug geholt hierfür für den schwiegervater mit seinem alten oldtimer da war er mit dabei weil sonst hätte ich ja gar nicht fahren dürfen deshalb konnte ich das auch nicht filmen so jetzt mal gucken ob der lanz mit der sehmaschine wegkommt weil das wollte ich ansehen das machbar wäre das muss ich nur noch ausprobieren Ansonsten lade ich mit den Lanz, aber egal. So, gucken wir mal, ob wir den Klempel dran kriegen. So, gucken wir mal, ob wir den Klempel dran kriegen. So, gucken wir mal. So, hier decken wir auf, oder wie ladet ich hier am besten? So, ne? Dann holen wir den anderen mit dem Frontlader und dann tun wir ein bisschen innenfühlen hin. Wie gesagt, wenn ich damit nicht wegkomme, dann muss ich halt eben mit dem MB-Druck fahren, dann muss der auch gehen. Ist ja passiert, wo egal. Ich weiß nicht, ob der Lamm zu bewegkommt, wir werden es sehen. Kein Entdunst. Das ist schon ein bisschen mit dem Auto fahren, ne? Kein Entdunst. Untertitelung des ZDF, 2020 Da geht schon was rein hier, ne? Ich mach ihn mal voll, wenn ein bisschen Saatgut hängt, dass er nicht mehr wegkommt, dann kommt er eh nicht weg. Schon hier geht ich. Okay. 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 Und dann wird wegfahren hier mit Ich weiß, dass du auf das slut nehmt. Ja. Ich schau mal, was das gut. Was nehmen wir auseinander hier? Oder? So, runter und los geht's, ne? Und Feuer, gib ihm. Hört auch nett. Hier noch ein bisschen, ne? Hier noch ein bisschen, ne? Hier noch ein bisschen, ne? Warte mal, krippert oder wär's gut, ne? Geht doch jetzt direkt bei Schopen hier, ne? Ein bisschen blöd, ne? Geht doch, 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 ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020